Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Herrn Oberarzt Dr. Christian Gerhard von den Videakliniken Karlsruhe bei uns zu Gast haben. Er wird uns zum Thema Tennis oder Golfer-Ellbogen berichten. Letzteres war mir bislang unbekannt. Tennis-Ellbogen kenne ich aus eigener Erfahrung, aber Golfer-Ellbogen nicht. Was sind denn da die Leitbeschwerden und wann ist es Zeit zum Arzt zu gehen? Also die Leitbeschwerden sind eigentlich bei beiden Erkrankungen gleich. Das ist überwiegend der Schmerz. Beim Tennis-Ellbogen ist es an der Außenseite vom Ellbogen, beim Golfer-Ellbogen auf der Innenseite. Und jedes Mal sind die Sehnenansätze, die Muskelansätze davon betroffen. Das ist jetzt beim Tennis-Ellbogen die Muskulatur, die das Handgelenk streckt bzw. die Finger streckt und beim Golfer-Ellbogen die Muskulatur, die die Hand beugt bzw. den Faustschluss ermöglicht. Wann sollte man zum Arzt gehen? Es kann durchaus sein, dass man einmal beim Renovieren oder nach dem Renovieren Schmerzen verspürt. Aber wenn das über mehrere Tage, unter Umständen, Wochen nicht weggeht, dann ist es Zeit zum Arzt zu gehen. Und was macht der Arzt dann genau? Oder ist auch irgendeine Selbsthilfemedikation erfolgreich? Im besten Fall gehen die Schmerzen von alleine weg. Vielleicht mit ein bisschen Dehnen, mit ein bisschen Reiben, Voltaren-Gel. Aber sollte es eben nicht weggehen, ist der Arzt sicherlich der Ansprechpartner der Wahl. Der kann Sie untersuchen. Der kann spezifische Tests mit Ihnen durchführen. Zum Beispiel eben ein lokalisierter Druckschmerz oder wenn die Streckung der Hand schmerzhaft lokalisiert dort ist, dann kann man diese Diagnose stellen. In der Regel ist dann eine Ruhestellung oder Schonung zumindest ist erst mal wichtig. Man kann das Ganze unterstützen mit sogenannten antiflogistischen Medikamenten. Dazu zählt zum Beispiel Ibuprofen oder Voltaren. Und dann sollte das weitergehen mit Physiotherapie, dass die Muskulatur gedehnt und vorsichtig gekräftigt wird. Akupunktur, Heilpflanzen. Ist es ein probates Mittel? Es gibt da viele, sage ich mal, Versuche wissenschaftlich hier eine gute Antwort zu kriegen. Das ist relativ schwierig. Was wir wissen ist, dass durchaus Akupunktur helfen kann. Nicht unbedingt. Hinsichtlich Heilpflanzen ist mir da nichts bekannt, dass eine spezifische Heilpflanze hier gut wirken würde. Man kann zum Beispiel allerdings versuchen mit dem Enzym der Ananaspflanze, das ist ein Präparat, das nennt sich Flugenzym, hier versuchen den Entzündungsreiz zu reduzieren. Ob das funktioniert, ist sicherlich abhängig von Mensch zu Mensch. Viele unserer Zuschauer werden sich fragen, kann man vorbeugend etwas tun? Gerade für Tennis-Spieler, die oft im Training sind und die stark belastet sind. Also Vorbeugung. Das ist ein guter Punkt, ein wichtiger Punkt. Wobei man heutzutage sagen muss, dass der Tennis-Spieler eigentlich gar nicht derjenige ist, der das am häufigsten hat, sondern es ist tatsächlich der, der am Computer sitzt, unter Umständen eine schlechte ergonomische Haltung dort hat. Es ist der Handwerker, der viel schraubt zum Beispiel. Das sind die Menschen, die insbesondere heutzutage den Tennis-Ellbogen bekommen. Da ist es wichtig, dass man den Arbeitsplatz möglichst ergonomisch formt, dass man entsprechende Stuhl, Tischhöhe etc. anpasst. Aber auch zusätzliche Aspekte wie so ein Gel-Pad am Mauskissen oder so eine Gel-Auflage für die Tastatur können hier unheimlich hilfreich sein. Weiterhin kann man dehnen selber, man kann die Muskulatur kräftigen. Da ist es zum Teil hilfreich, bei YouTube einfach einzuschauen. Da gibt es unheimlich viele Übungen, die man da durchführen kann. Meine Töchter haben mir vor wenigen Tagen ein sogenanntes Deuzerband geschenkt, mit dem man auch unglaublich viele Dehnübungen machen kann. Ist es sinnvoll, das dann täglich zu machen? Oder auch Schwimmen beispielsweise? Also Schwimmen bzw. Sport generell ist hervorragend. Das dient natürlich nicht nur der Vorbeugung eines Tennis- oder Golf-Ellbogens, sondern generell der allgemeinen Fitness und körperlichen Gesundheit. Aber alles, was man spezifisch für den Ellbogen machen kann, ist natürlich vorteilhaft, um hier diese Symptomatik zu verhindern bzw. wenn sie aufgetreten ist, zu reduzieren. Ob da ein Deuzerband, Theraband, was auch immer, ist sicherlich hilfreich. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gerhardt, für diese Informationen. Also generell sind die Sommermonate geeignet, um da mal wirklich was zu tun für den Körper. Vom Schwimmen bis zur Bewegung in der freien Natur. Haben Sie vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Gerhardt, für diese Informationen, die ganz sicher auf großes Interesse bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern stoßen. Und bei Ihnen bedanke ich mich ebenso herzlich für Ihr Interesse. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie die gerne unter der eingeblendeten Abrisse an uns richten. Vielen Dank.